Der Märchenwald am Biegelkranal. Ich stehe jetzt hier seit vier, fünf Tagen rum. Der Kühlschrank war ja voll. Zwei Tage ging es mir nicht so gut. Ich habe mit Corona angefangen. Aber nach zwei Tagen war das Fieber weg, der Schüttelfrost und die Kopfschmerzen. Jetzt am dritten oder vierten Tag ist der Husten auch weg. Also alles gut. Ich habe mir auch eine gute Rindfleischsuppe gemacht und heute habe ich einen Löwenzahn Salat zweimal gegessen. Mit Käse und Filetstreifen drin. Und das ganze Urne impfen. Und das ist jetzt schon das zweite Mal gewesen, seit ich hier unten bin. Das erste Mal in Montevideo und da war es auch nach drei, vier Tagen erledigt. Aber der Wald hier ist einfach märchenhaft.